Der Chat der Woche und die Gurke der Woche hier in der Ketzerkirche schaut, wie sie sich blamiert haben. Darüber dürft ihr dann demokratisch abstimmen, wie in einem demokratischen Betrieb, nur halt ein bisschen basierter, weil wir sind eigentlich kein Betrieb. Dann kommen wir gleich zu unserem letzten Gurkenkandidat, meine lieben Freunde. Auch hier bei YouTube kommt die neue Option hinzu. So, sorry, hier ein paar Fenster weggeklickt. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur noch einen Slot frei. Ich möchte das hier nur kurz zwischendurch schieben als Quickie. Ich habe die Information bekommen, dass es bei Wikipedia einen Artikel gibt zu den Falschinformationen in der Covid-19-Pandemie. Und da gibt es nun eine Vorbemerkung, bevor man diesen Artikel liest. Ich möchte einmal zitieren. Dieser Artikel bedarf einer grundsätzlichen Überarbeitung. Der erste Punkt sagt eigentlich schon alles. Einzelne Darstellungen in dem Artikel sind veraltet. Also, was damit ausgedrückt wird. Manche Falschbehauptungen, Falschinformationen in diesem Artikel haben sich als wahre herausgestellt. Das ist das, was sie damit sagen wollen. Und auch andere Dinge ändern sich. Hier sehen wir die Aufarbeitung bei Google Maps, die darin besteht, dass Läden ihre negativen Bewertungen nicht selber unbedingt löschen. Ich weiß nicht, ob Google die dann auch löscht oder ob es diese Läden selbst sind. Aber ihr könnt es hier sehen. Das, was ihr hier auf der linken Seite seht, ist eine Rezension zu einer Zahnklinik. Und die hat nur drei Sterne gegeben, weil der erste Satz lautet folgend, verweigert die Behandlung Ungeimpfter vorneweg. Meine Erfahrungen mit der Klinik in der Pre-Corona-Zeit sind durchweg positiv. Blablabla. Ich habe die zugespielt bekommen von jemandem, der, also über eine Ecke, der diese Rezension tatsächlich geschrieben haben soll. Und er hat jetzt, nachdem die zweieinhalb Jahre online war, die Benachrichtigung bekommen, deine Rezension wurde nicht veröffentlicht. Also die war die ganze Zeit online. Sie haben sie jetzt einfach runtergenommen. Der Ort, zu dem du etwas gepauselt hast, wurde aus Google-Diensten wie Maps und der Google-Suche entfernt. Und sie ist aber noch da. Das ist ja das Ding. Also es werden jetzt Rezensionen gelöscht, bei denen sich Leute darüber echauffiert haben, dass, wie wir jetzt erfahren haben, zu Unrecht, weil es keine Pandemie der Ungeimpften gegeben hat, man Ungeimpfte nicht behandeln konnte. Im Sinne eines medizinischen Notstandes kann man diese Definition anzweifeln. Ja, absolut. Und momentan gehen mehrere merkwürdige Dinge auf Google ab. Also ihr könnt das selbst alle mal ausprobieren. Macht euch ein zweites Fenster auf und gebt einfach mal Attentat ein. Dahinter dann auf. Und dann schaut mal bitte, wie das ergänzt wird. Macht am besten die Inkognito-Fenster auf. Schreibt Attentat auf. Kommt da direkt der Vorschlag, Attentat auf Trump? Gebt mal Attentat auf T ein. Wird es dann ergänzt zu Trump? Bei mir wird es ergänzt zu Attentat auf Türkisch, Attentat auf tschetschenischen Politiker. Gebt Attentat auf TR ein. Da kommt Attentat auf TRAB oder Attentat auf österreichischen Pro-Nachfolger. Sie shadowbannen gerade Attentat auf Trump. Das wird nicht mehr automatisch vervollständigt auf Google. Also man könnte mutmaßen, hier beginnt schon ein bisschen Wahlkampf über zwei Ecken. Ich weiß nicht, ob das bei euch funktioniert irgendwie. Bei mir funktioniert es nicht. Das ist auch heute schon auf Twitter rumgegangen. Mit dem Attentat, das läuft bei mir auch nicht. Komisch, komisch. War jetzt auch die Tage so, dass tatsächlich auf Facebook das Foto, dieses Foto, wo Trump so die Faust in den Himmel reckt und die Secret Service Agenten um ihn herum, dass dieses Foto auf Facebook automatisch mit einer Faktencheck-Meldung versehen wurde, dass dieses Foto manipuliert sei. Ja, das habe ich heute auch gesehen von Meta. Aber die haben wohl mittlerweile sich geäußert und gesagt, ja, es sei falsch gewesen, dass man das Foto gecheckt hätte. Ja, ja, genau. Also sie haben sich jetzt eingestanden, dass, also es gab eine manipulierte Version, wo eine der Secret Service Agentinnen lacht, ja. Und Facebook hat aber selbst einfach auch die Originalfoto, wo sie halt nicht lacht, einfach mitgeflaggt. Und das war wohl ein Fehler. Alle. Fehler im Algorithmus. Das ist jetzt aber noch nicht unser Gurkenkandidat. Passiert. Ja, es passiert. Ich wollte es nur am Rande nochmal angemerkt haben für euch, meine Freunde. Jetzt der ultimative Gurkenkandidat, den werden wir uns jetzt einfach am Stück geben. Und ich bitte euch alle darum, tief in euch zu gehen, wie viel sachliche, valide, auch begründete Argumentation hier drin steckt. Und ich weiß, das Ding ist jetzt wahrscheinlich wirklich schon einen Monat alt. Aber wir hatten es hier nie in der Ketzerkirche und ich will es auch mal in einer Folge drin haben. Palastrevolution von Thilo Jung. Eine Podiumsdiskussion, die auch live gestreamt wurde auf YouTube. Zu Wort kommt Frau Buix, damals auch noch oder vielleicht auch jetzt noch Vorsitzende des Ethikrates, der komischerweise sich dafür entschieden hat, dass die Impfpflicht ethisch vertretbar wäre. Und sie diskutieren hier über das AfD-Verbot. Und wir sind gerade in der Phase, wo sie ihre Plädoyers abhalten. Und ich finde dieses Plädoyer von einer Frau Buix, mit welcher Suffisanz, Arroganz, Selbstsicherheit und Demagogie sie das hier alles ausspricht, ich finde, das muss hier auch in dieser Folge archiviert werden. Deswegen Film ab. Sie wollen dich deportieren. Oder deine Mutter. Oder deinen besten Freund. Und zwar scheißegal, ob ihr deutsch seid, denn sie haben ein rassistisch-völkisches Verständnis vom Nationalstaat und Staatsbürgerschaft. Sie haben eine autoritäre Vorstellung davon, wie du leben sollst, mit wem du Sex haben kannst, wie deine Familie aussehen soll, welchen Job du haben kannst, wie du aussehen sollst, wie du reden sollst. Und alle, die anders denken, wollen sich schikanieren, wollen sie loswerden. Sie sind korrupt. Sie verkaufen für ein paar tausend Euro Geheimnisse an autokratische Staaten. Führende Figuren. Sie verachten die Demokratie. Die demokratischen Institutionen wollen sie unterwandern, aushöhlen, von innen zerstören. Gerichte, Verfassungsschutz. Sie rufen offen zur Gewalt auf gegen die Demokratie und gegen die, die sie vertreten und schützen. 20 Prozent der Menschen und im Osten sehr viel mehr finden das im Moment wählbar. 8 Prozent in Deutschland haben ein gefestigtes, rechtsradikales Weltbild. Der Rest ist wahrscheinlich nachvollziehbar frustriert. Aber die Demagogen nutzen das aus. Was machst du? Was machen wir? Lassen wir das geschehen? Sagen wir, wir nehmen das hin, bis es zu spät ist? Okay, mein Lieber, du wirst das Familienoberhaupt. Okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder. Viele. Krieger. Kämpfer. Faschismus kommt zurück. Die EU geht kaputt. Die Wirtschaft geht in den Arsch, weil die lächerlich simplen politischen Angebote natürlich überhaupt nichts bringen. Warten wir, bis sie immer mehr Normalisierung und Legitimation durch die Insignien der Macht und durch Ämter kriegen? Wissenschaftsminister, Kulturbeauftragte, Innenminister, Ministerpräsidenten. Nein, wir müssen ganz, ganz viel tun. Wir müssen reden mit unseren Freunden, Kollegen, Nachbarn. Uns im Mund für sich reden. Wir müssen demonstrieren auf die Straße. Wir müssen uns engagieren, zivilgesellschaftlich, politisch und die schützen, die das tun. Wir brauchen unbedingt bessere Politik. Wir brauchen weiter die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Aber wir brauchen auch unser schärfstes Schwert. Es sind Verfassungsfeinde. Und gegen Verfassungsfeinde hat unsere Verfassung was. Paragraf 21 Grundgesetz. Verstöße gegen die Menschenwürde. Parteien, die darauf abzielen oder das Verhalten ihrer Anhänger, das darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das, was unsere Demokratie ausmacht, zu beschädigen, zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Wir haben damit nicht viel Erfolg bisher gehabt und auch nicht viel Erfahrung. Wir haben das bisher in Deutschland viermal gehabt. Zweimal erfolgreich, einmal gegen eine sehr linke, einmal gegen eine sehr rechte Partei im letzten Jahrhundert, zweimal in diesem Jahrhundert erfolglos. Und es gibt, das wird euch die Gegenseite sehr, sehr ausführlich erklären. Zu Recht, hohe Hürden gegen ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber vertu dich nicht. Sie hassen dich. Die Zeit ist jetzt. Verbiet. Dankeschön. Ich glaube, das war das Schlechteste, was ich in Bezug auf irgendwie ARD-Verbot, welche Richtung auch immer, glaube ich. Also das ist schlechter als irgendwie so ein richtig schlechter Poetry-Slam von irgendeiner 16-Jährigen. Ja, echt nicht gut. Es war im Endeffekt so, als hätte man so eine KI gefüttert mit den Kampagnen des politisch-medialen Komplexes und die hätte man im Endeffekt dann diesen Text aufsagen lassen. Also das war ja mehr oder weniger von Korrektie bis zu den Springer-Kampagnen mit K.R. und so hin zu die wollen uns alle umbringen und die hassen uns. Und das ist ein klassisches Beispiel für wir werfen den politischen Gegner genau das vor, was wir selber tun. Welche Ideologie bestimmt denn hier gerade? Zum Beispiel in Form von sogenannten antirassistischen Quoten im öffentlichen Dienst in Hannover, die de facto per Definition nach ethnischen, nach rassischen Kriterien diskriminieren, damit man eine Migrationsquote erfüllt. Man muss ja die deutsche Mehrheitsgesellschaft verachten, um so etwas zu implementieren. Und das war Plädoyer für eine Diskussion, die danach im Endeffekt darin bestehen wird, dass es ihre Seite gibt, die sagen, so schnell wie möglich einfach verbieten. Und die andere Seite, die sagt, das ist nicht zu leicht, wir müssen das und das dabei bedenken. Also das ist im Endeffekt das auferten Fenster, in dem diese Diskussion abläuft. Und das hat auch Thilo Jung gut in der Kommentarsektion nochmal eingeschenkt bekommen und zwar auch zu Recht. Ich muss sagen, der Tonfall, diese Suffisanz, so dieses sie werden dich deportieren. Und deine Familie. Und deine Mutter. Was ist das? Schrecklich, schrecklich. Nachdem diese Deportationslüge von Korrektiv seit Monaten, seit Monaten widerlegt ist. In dem Moment, wo du den Artikel kritisch liest, ist das eine Lüge und stellt sich als solche hinaus. Aber sie vertraut einfach darauf. Und das Publikum, das ist der Untergang des Abendlandes. Johlender. Applaus mit Schreien. Also da reicht Klatschen nicht. Da kommt Uuhu! Es ist einfach traurig. Frau Buix, Ethikra. Also zu euch sprach gerade die Ethik. Ethik ist meins, ja. Deswegen ist sie jetzt hier auch einer unserer Gurkenkandidaten. Und ich würde sagen, ich feuer mal hier die Umfrage ab bei Twitch und bei YouTube. Meine lieben Freunde, macht Gebrauch von eurem demokratischen Mitbestimmungsrecht hier im Live-Chat. Und ich würde sagen, dann möchtest du noch etwas dazu sagen zu Frau Buix? Also man könnte wahrscheinlich nach jeder Aussage auf Pause drücken und sagen, nein, das ist falsch. Deswegen und deswegen und deswegen. Das machen wir jetzt nicht. Aber willst du dazu noch was sagen? Sonst geht ich weiter. Die Frau ist kaputt. Das ist wie unsere Ethik. Wahrscheinlich hast du recht, Boris. Alles klar. Dann soll uns das mit den Gurken erstmal reichen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Höcke, Höcke, Bernd, Bernd, Bernd. Der Chat der Woche und die Gurke der Woche hier in der Ketzerkirche. Schaut, wie sie sich blamiert haben. Darüber dürft ihr dann demokratisch abstimmen, wie in einem demokratischen Betrieb, nur halt ein bisschen basierter, weil wir sind eigentlich kein Betrieb.